Willkommen zurück zu Vorhorner, zu Kapitel 2, die Wikinger und natürlich mit der Mission den Strand hinauf. Genau, 2.4, den Strand hinauf. Hier machen wir weiter. Jetzt geht's wahrscheinlich gegen den Samurai, also werden wir auf jeden Fall viel Spaß haben. Ja, wieder neue Kämpfer, wieder neue Gegner. Jetzt wird's lustig. Hören wir uns mal die Story an. Und vielleicht auf den Glanz des Sieges, wandten sich die Wikinger nun ihren Nachbarn am anderen Ufer des Meeres zu. Das Land der Samurai wurde von einer alten Seefestung beschützt. Die Wikinger hielten diese für spärlich bewacht. Ich glaube, das wird ein Fehler sein. Los geht's. So, wie wir spielen den hier wieder, den Wikinger, und wir lassen natürlich die Dinger drin, weil die haben uns gute Dienste geleistet. Und ich hoffe, wir verkacken nicht ganz so wie in den letzten Folgen. Das tut mir natürlich leid, dass da der Kampfstil von mir nicht zu berauschend ist. Also, 2.4, den Strand hinauf. Apolleons Krieg hatte uns an den Rand der Vernichtung gebracht. Aber dieser Raubzug erinnerte uns daran, wer wir wirklich waren. Wir begannen mit einer Festung an der Küste. Doch, sie wussten, dass wir kamen. Na dann super. Jetzt wird's lustig. Oh, weh ja. Haltet die Waffen bereuen! Vor zum Tor! Ich heiße euch willkommen! Die Tore dieser Festung wurden hundert Jahre lang nicht bewegt. Die mussten einfach nur hindurchgehen. Torshammer! Alle vor zum Tor! Attacke! Aue! Wollen wir natürlich mal gucken, dass wir was beobachten können. Die Tore sich bewegen, war der Plan hinfällig. Dann geht's! Komm mal, mein Mann! Komm her! ich weiß jetzt auch wie man diesen diesen buch mit dem buchbewegung macht dass man halt den werfen kann und einfach die mittlere maustaste gedrückt halten ins gesicht und erledigt das ist eigentlich die mission ich schlachte mich die ganze zeit wie mit leuten aber wir müssen das ding einnehmen ist klar sehr schön so komm schon ich muss mal gucken wie die steuerung war wegen den nation hält das habe ich vergessen aktionsliste habe ich noch hier hätte rasender schlag nach linke und rechte maßel gleichzeit das ist klar jetzt kann man das natürlich auflösen die dafür müssen wir jetzt wahrscheinlich hochklettern Jetzt wird es lustig. Oh, ist auch da. Oh Gott. Oh nein! Oh, da kommt die Axt. So, ich bin drin. Jetzt geht es los. So, hier haben wir wieder was zum zerstören. Oh, so, kann man das zerstören? Ne, kann man nicht. Mal gucken, dass wir was beobachten können. Noch sehe ich nichts zu beobachten. Ja, mal gucken. Oh, mach. Oh, schade, schade, schade. Oh, schade, schade. So, war jetzt noch nicht du die Herausforderung, wir nehmen mal mit, wisst du aber nie was der bringt. Irgendwie konnte man auch springen, ne? Nein, wir können auch nicht, wir können auch nicht, wir können auch nicht, wir können so der ist erledigt und du auch noch bam also ihr seid ihr habt bitte geübt es soll sein ich fahre jetzt mich gerade so ein bisschen die anderen moves ich habe die irgendwie vergessen ich habe natürlich eine Blockübung geübt äh dann blocken richtig blockt ach hier hier haben wir es zu beobachten gegen die Kriegsmaschinen der Samurai sehen unsere aus wie Spielzeug sie haben im Exil viel gelernt von vielen Völkern hätten sie es nicht getan wären sie keine solche bedrohen hier runterspringen wir natürlich tödlich aber hier oben scheint nichts mehr zu sein also laufen wir mal weiter wirst du beobachten leider Arsch tschüss da mal die erste hier ist bestimmt noch eine zweite oh gott endlich oder oder auch nicht ach So, der war so schwer, war der gar nicht. Gibt's hier nichts zu kaputt zu machen? Meine Güte. Was haben wir hier? Oh. Haben wir natürlich was verpasst, da hinten haben wir nie durchsucht. Schade. Egal. Mal ausruhen. So, er macht das gleiche mit. Ins Gesicht. Und jetzt. Bist du denn da hin? Und? Auf Wiedersehen. So muss das sein. Dann müssen wir hier runter. So, wo müssen wir denn hin? Hierher. Okay, wir müssen die Front halten. Alles klar. So, wie geht's das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Also mit den Wikinger macht das Kämpfen richtig Spaß, das ist nicht so statisch wie bei den Rittern. Also die Wikinger... Nicht schlecht, Herr Spächt. Oh, jetzt kommt die Hausfrau wahrscheinlich. Mal schauen. Du bist. Mein Mann hat alles verletzt. Die Stadt ist weg. Ich habe noch nicht in den Händen. Ich werde auch noch nicht in den Händen. Ich habe noch nicht in den Händen. Du bist nicht in den Händen. Du stehst mir im Weg. Ich werde dich verloren. Ich werde dich verloren mit deinem Tod haben. Ich werde dich verloren. Ich werde dich verloren. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.